Ein Aspekt innerhalb der Trading-Psychologie, den du verinnerlicht haben musst, um erfolgreicher Trader werden zu können. Darum geht es in diesem Video, denn ab und zu bekomme ich die Frage gestellt, ob überhaupt Trading-Psychologie wichtig ist beim Trading oder ob es reicht, eine gute Trading-Strategie zu lernen. Am Endeffekt sind es ja nur bestimmte Regeln, die man einhalten muss für einen Einstieg in einen Trade oder einen Ausstieg in einen Trade. Und wenn man diese gelernt hat, wozu braucht man denn theoretisch dann noch Trading-Psychologie, wenn es reicht einfach nur eine Strategie zu verinnerlichen und einfach nur auszuführen. Aber oft ist das am Ende nicht so und ich habe gemerkt, dass erfolgreiche Trader von nicht erfolgreichen Tradern unterscheidet, dass sie dieses eine Aspekt der Trading-Psychologie für sich verinnerlicht haben und dann dadurch dann auch den Durchbruch beim Trading hatten. Deswegen möchte ich darauf in diesem Video eingehen. Viel Spaß! Heute ein etwas anderes Format, weniger über Chart-Analysen, mehr über Trading-Psychologie, weil ich immer wieder merke, dass es an diesem einen Aspekt der Trading-Psychologie oft scheitert und bei extrem vielen. Denn auch wenn diese Trader eine erfolgreiche Strategie an die Hand bekommen haben, scheitert es oft an diesem einen Aspekt, dass wenn sie diese auch verinnerlicht haben, aber diesen Aspekt nicht verinnerlicht haben, dann nicht erfolgreich werden. Und das finde ich extrem schade, weil am Ende ist es nur ein Schritt, den man noch machen muss, um den Durchbruch zu haben. Und deswegen möchte ich über diesen einen Schritt, wenn man ihn so betrachten möchte, sprechen, um vielleicht einigen oder dem einen anderen zu helfen, da den Durchbruch vielleicht zu schaffen beim Trading. Und dieser Aspekt hat natürlich mit Emotionen zu tun, vor allem den Emotionen, die bei dir täglich im Alltag auftreten. Und das nicht nur beim Trading, denn ich habe schon einige, also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, aber auch viele andere, die ich auch interviewt habe, unter anderem und mit denen ich auch gesprochen habe, mit Tradern, die erfolgreich sind, erzählen fast immer dasselbe, dass sie, dass grundsätzlich Trading sehr viele Parallelen hat zum Leben, also zu dem alltäglichen Leben, weil man die Emotionen, die man beim Trading hat oder die einen stören beim Trading, diese stören dieselben Personen im Alltag, weil die gleichen Emotionen, die einen beim Trading stören, verursachen auch im Alltag Probleme. Also ich habe sehr viele sagen deswegen, dass das Trading eigentlich wie das Leben ist, denn sobald die bestimmten Emotionen, die im Alltag ihnen das Leben erschwert haben, sobald die diese in den Griff bekommen haben, ging auch das Trading viel besser oder sie haben sogar einen Durchbruch beim Trading gehabt. Und deswegen möchte ich darüber sprechen, weil es auch bei mir so war, also es gibt verschiedene Typen an Menschen und es gibt verschiedene emotionale Typen und es gibt verschiedene auch, was ich gemerkt habe, verschiedene Probleme, die Leute beim Traden haben, obwohl eine gute Strategie vorliegt. Aber diese korrekt auszuführen, liegt am Ende oft nur noch an den Emotionen. Ich bin zum Beispiel ein Typ, der sehr voreilig ist, der sehr schnell Entscheidungen treffen kann und die Verantwortung dafür übernehmen kann. Also das ist irgendwo ein guter Punkt, aber ich treffe Entscheidungen oft etwas zu schnell, etwas zu voreilig und deswegen begehe ich oft öfter Fehler im Endeffekt. Das hat mich auch im Leben oft gestört, in dem Fall, dass ich dann, wenn ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, nimmt das ja einem die Zeit. Man muss entweder dann umdenken oder einen Schritt nochmal zurückgehen oder irgendwas umstrukturieren, je nachdem, wo diese Entscheidung gefallen ist. Und durch diese Eigenschaft haben sich bei mir die Fehler sehr stark angehäuft, was eigentlich auch wiederum man positiv sehen kann. Also wenn man, ich glaube ein Interview mit Henry Ford wurde einmal jemand, hat ihn jemand gefragt, was wichtig ist, um bei ihm erfolgreich zu werden im Unternehmen. Da hat er gesagt, verdoppel die Quote oder die Anzahl deiner Fehler. Denn jemand, der Fehler macht, der lernt auch schneller daraus und der kommt schneller voran als jemand, der die ganze Zeit nur zögert, die ganze Zeit nur überall sozusagen Minenfelder sieht und überhaupt nicht ins Kommen tut. Da er überall irgendwelche Gründe findet, nicht anzufangen oder sich nicht fertig vorbereitet, nicht genug vorbereitet dafür fühlt oder Angst hat oder Angst hat, Verantwortung zu übernehmen. Je nachdem, es gibt ja verschiedene Gründe. Ich denke, unterm Strich hat mir diese Eigenschaft auch geholfen, schneller voranzukommen an meinem Leben. Also ich bin ja relativ schnell vom, damals noch, das war ja schon über zehn Jahre her, damals in meiner Karriereleiter auch, bin ich ja relativ schnell von einem Junior Manager in der Import- und Logistikabteilung zum Abteilungsleiter gekommen. Und danach habe ich ja auch dann viele Projekte im Zusammenhang mit E-Commerce und Logistik zusammen gemacht und bin danach komplett gewechselt in die Schiene E-Commerce, wo ich dann auch von einem Manager innerhalb von drei, vier Jahren zum Board of Directors eines mittelgroßen Unternehmens und habe innerhalb dieses Boards of Directors schon das ganze Unternehmen geführt im Endeffekt. Und im Endeffekt hat mich diese Voreiligkeit und diese Risikobereitschaft auch geholfen, schnell an mein Ziel zu kommen. Aber ich habe dadurch, dass ich zu voreilig Entscheidungen getroffen habe, auch viele falsche Entscheidungen getroffen. Viel musste wieder rückgängig gemacht werden, viel musste wieder korrigiert werden. Und das hat mir meinen Weg natürlich etwas erschwert, weil ich gemerkt habe, dass ich noch etwas vielleicht mich weiter damit befassen sollte, etwas noch weiter irgendwas analysieren sollte, etwas noch weiter vielleicht überlegen oder mit anderen kommunizieren sollte, um ein besseres Bild der Situation zu bekommen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Und hätte ich da etwas weiter noch gezögert, hätte ich etwas noch abgewartet, wäre dann am Ende, am nächsten Tag vielleicht die bessere Entscheidung gefallen. Das habe ich ebenfalls gemerkt. Also das war so für mich ein bisschen hindernd in dem Fall. Und genau das hat mich auch beim Trading jedes Mal getroffen, dass ich, obwohl ich ein ganz glasklares Regelwerk für meine Strategie zu einem bestimmten Zeitpunkt schon hatte, trotzdem jedes Mal voreilig in den Trade reinkam, weil die Situation extrem gut aussah. Ich habe nicht auf die allerletzte Bestätigung für den Trade gewartet, sondern bin zum Beispiel etwas früher rein, weil ich dachte, okay, das wird schon. Und dann habe ich doch auf die Schnauze bekommen oder habe viele auch dadurch emotionale Trades gemacht, indem ich nicht nach meinem Regelwerk getradet habe, aber gesehen habe, dass gerade eine sehr günstige Marktstruktur sich bildet. Und das sieht doch perfekt aus wie ein Trade. Und es kann doch nur in diese Richtung gehen. Das habe ich schon oft davor gesehen. Hat eigentlich gerade in dem Fall nichts mit meiner Strategie zu tun. Aber für mich sah das so lecker aus, diese Situation, dass ich auch da rein bin, dann auch auf die Schnauze bekommen habe. Also ich war immer schnell, irgendwie emotional, kurzfristig irgendwie Entscheidungen zu treffen, die oft dann dadurch falsch waren, da ich nicht abgewartet habe. Also das ist so mein Typ gewesen oder mein Problem oder das, was mich gehindert hat, genauso in meinem Alltag, in meinem Leben als auch beim Trading. Und deswegen, man lernt sich selbst als Person beim Trading viel, viel besser kennen. Also du wirst dich als Person, deine emotionalen Grenzen, deine Reaktion auf irgendwelche Reize, kristallisieren sich beim Trading so extrem raus, die du normalerweise auch im Alltag hast. Und wenn du an diesen einmal gearbeitet hast und diese erstmal identifiziert hast an sich, also was für ein Typ bist du überhaupt, und dann diese Verhaltensweise für dich so korrigierst, dass du diese Fehler nicht mehr begehst, indem du dann auch verstehst in dieser jeweiligen Situation, ah, jetzt habe ich gerade wieder diese Emotion, jetzt will ich gerade das machen, aber ich weiß, ich sollte das bleiben lassen im Endeffekt, wie es in meinem Fall war. Dann, sobald du das korrigiert hast, hat ich zum Beispiel den Durchbruch beim Trading gehabt und auch hat sich vieles in meinem Leben, in meinem Alltag auch verbessert. Weil ich in gleichen Reizsituationen ebenfalls die besseren Entscheidungen getroffen habe. Deswegen ist das immer so ein, auch eine Persönlichkeitsentwicklung. Der Weg zum professionellen Trader ist immer auch eine Entwicklung deiner Persönlichkeit zu einer besseren Person, weil natürlich die Sachen, die du beim Trading psychologisch und emotional verbesserst, gleichzeitig sich auch sehr gut auf dein Leben auswirken. Natürlich sind jetzt nicht alle zum Beispiel so ein voreiliger Typ, wie ich, dass ich das war oder bin immer noch. Es wurde extrem besser, aber ab und zu habe ich trotzdem meine Momente, wo ich voreilig irgendwas wieder entscheide. Aber das habe ich auch wirklich bis jetzt auf ein Minimum runtergesetzt und das ist schon mal sehr gut. Also das hilft mir extrem. Aber natürlich gibt es auch andere Typen, so wie zum Beispiel, ich kenne auch Trader, die immer gezögert haben, die nicht risikobereit waren und obwohl die Strategie oder das Regelwerk eingehalten wurde und hier jetzt zum Beispiel ein Kauf- oder Verkaufssignal sich gebildet hat, laut der Strategie, laut dem Regelwerk alles in Ordnung ist, zögern diejenigen trotzdem und trauen sich nicht auf den Knopf zu drücken. Und daran lag es dann, dass der Trade dann ohne sie dann losging, die diesen verpasst haben, dann sauer waren und dann auch noch hinterher vielleicht wegen FOMO, weil FOMO wird ja ausgelöst, sobald du siehst, du hast einen Trade, den du eigentlich nehmen hättest, sollen nicht genommen. Dieser geht gerade in deine Richtung, du versuchst nachträglich nochmal rein zu hüpfen, da hast du wiederum ein sehr schlechtes Chancen-Risiko-Verhältnis und dadurch kannst du auch nicht langfristig erfolgreich werden, wenn dein Stop-Loss immer so groß ist und dann bei dem nächsten Verlust-Trade, bei so einem großen Stop-Loss, du die ganzen Gewinne wieder verloren hast, weil natürlich dein Stop-Loss irgendwann größer ist als dein Take-Profit, wenn du die ganze Zeit dann, erst wenn FOMO auftritt, dann erst in den Trade reingehst und nicht, wenn das Einstiegssignal kommt. Das ist auch ein Typ, den ich sehr oft sehe und hier muss man natürlich auch dann sich arbeiten und mal wirklich die Eier zu haben, um den Knopf zu drücken, weil sobald du dich da überwunden hast, werden die nächsten Trades immer einfacher, sobald du dich traust, einfach den Knopf zu drücken. Es wird nicht immer aufgehen, also keine Strategie hat da immer eine hundertprozentige Gewinnrate, es werden auch Verlust-Trades kommen, aber wenn du ständig immer ausführst, sobald du ausführen musst, wird das mit der Zeit immer einfacher, du wirst immer ruhiger, immer ausgeglichener und wenn da auch mal ein Fehl-Trade kommt, weißt du nach der Zeit, vor allem nach deiner Erfahrungswerten in der Vergangenheit, dass trotzdem im Schnitt, du trotzdem in der Woche dann im Plus rauskommst und das beruhigt dich auch mit der Zeit. Deswegen habe deinen Muck und drück auf den Knopf, wenn das sein muss. Was das Zögern angeht, gibt es auch andere emotionale Schwierigkeiten, wo es nicht um Mut geht, sondern einfach nur um Unsicherheit. Viele fühlen sich da unsicher, denken immer noch, also sie haben eine erfolgreiche, gute Strategie, haben sie eventuell auch gebacktestet, aber trauen sich selbst nicht, weil sie sich selbst nicht zutrauen, dass sie erfolgreich traden können. Die denken dann immer, dass es da viel bessere Trader gibt, dass es Gründe gibt, wieso diese erfolgreich geworden sind, aber sie das höchstwahrscheinlich nicht schaffen. Also diese Unsicherheit kommt mit einher mit fehlendem Selbstbewusstsein. Und dann muss man auch damit arbeiten, weil das stört einen auch ebenfalls im Leben. Wenn Selbstbewusstsein fehlt, stört das einen extrem in bestimmten Lebenssituationen im Alltag, aber auch extrem beim Trading. Und mit Selbstbewusstsein hatte ich auch mal zu kämpfen. Es gab da eine Zeit lang, wo ich auch sehr unsicher war und Gott sei Dank relativ früh einen guten Tipp bekommen habe, der mir bis heute sehr hilft und den ich auch diejenigen, die mit Unsicherheit irgendwie und mit fehlender Selbstsicherheit zu kämpfen haben, hoffe ich, dass dieser Tipp hilft. Und dieser Tipp nimmt dir wahrscheinlich irgendwie fünf Minuten am Tag, am besten abends oder auch morgens. Es passt beides gut, wenn du dir fünf Dinge jeden Tag aufschreibst, die du gut gemacht hast zum einen. Also ganz wichtig, auch wenn es nicht viel gewesen ist, auch wenn du einfach nur dein Bett aufgeräumt hast. Und das ist auch ganz wichtig, morgens das Bett zu machen, um schon mal einen Punkt am Tag gut gemacht zu haben, weil das führt zu einer Kettenreaktion an weiteren Erfolgsschritten. Wenn du einen Erfolgsschritt morgen hattest und zumindest zum Beispiel dein Bett gemacht hast, dann bist du auch viel motivierter, weitere Schritte zu machen und weitere Erfolgsschritte auch erleben zu wollen. Deswegen, wenn du das erledigt hast oder wenn du den Müll rausgebracht hast, wenn du irgendwas Kleines zu Hause aufgeräumt hast oder wenn du einen kleinen Anruf erledigt hast, den du schon länger vor sich her geschoben hast, also es können auch so kleine Dinge sein, diese immer aufschreiben, denn das wird auf Dauer Wunder bewirken, was deine Selbstbewusstheit angeht. Wenn du jeden Tag deinem Gehirn sozusagen Signale gibst, du hast irgendwas gut gemacht und am Ende, es müssen nicht fünf erkennen, es können auch nur drei Punkte sein, besser natürlich fünf, aber zumindest musst du da konsequent dran bleiben. Das würde ich auch jedem empfehlen, egal ob man jetzt mit Selbstbewusstsein Probleme hat oder nicht. Fünf Dinge am Tag zu schreiben, die man gut gemacht hat, kann auf Dauer schon nach zwei Wochen, wenn du das, sagen wir mal, zwei Wochen lang jeden Tag fünf Minuten dafür aufwendest, das runterzuschreiben. Noch besser, wenn du dazu noch fünf Punkte schreibst, für die du dankbar bist, denn das wird ein kompletter Game Changer. Fünf Punkte, die du gut gemacht hast, fünf Punkte, für die du dankbar bist, auch wenn dir gerade nichts einfällt. Du kannst auch nur dankbar sein für die Augen, die du gerade hast. Es gibt auch Menschen, die leider auch kein Augenlicht haben auf dieser Welt und dafür kann man auch dankbar sein. Dankbar sein für Augen, dass du sehen kannst, für Ohren, mit denen du hören kannst, für die ganz einfachen Dinge. Einmal aufzuschreiben, dass du dankbar dafür bist, wird extrem dein Leben verändern. Mach das zumindest einmal zwei Wochen lang. Ab heute zweimal fünf Punkte aufschreiben und du wirst sehen, nach zwei Wochen wirst du ein anderer Mensch sein. Das kann ich dir versprechen. Dann hatte ich auch gemerkt, bei vielen, und ich hatte sehr, sehr lange ebenfalls diesen Aspekt, dass ich mich für irgendwas ewig vorbereiten musste, bevor ich die PS auf die Straße bringe. Das habe ich vorher im Leben, im Alltag immer gehabt, in meiner Berufslaufbahn damals, aber auch beim Trading. Ich hatte das Gefühl, dass ich alle Kurse erstmal anschauen muss, dass ich immer irgendwas gefunden habe, irgendeine Videoreihe, immer noch irgendein Buch und mir gesagt habe, okay, ich muss dieses Buch fertig lesen, dann bin ich bereit fürs Trading. Dann, ich muss diesen Kurs erstmal durchhaben, dann bin ich bereit fürs Trading. Oder ich muss erstmal ein Jahr irgendein paar gebacktestet haben, dann bin ich bereit fürs Trading. Dann habe ich das gemacht, dann habe ich auch gemerkt, dass irgendwann alles gut läuft. Dann habe ich gedacht, okay, ich muss erst aus diesem Backtesting eine Statistik aufstellen und erstmal all die Fehltrades analysiert haben und fünf Punkte aufgeschrieben haben, was ich sowieso empfehlen würde. Also das hat mir auch sehr geholfen. In diesem Fall, was die Fehltrade-Analyse der Fehltrades in deinem Trading-Journal angeht, das ist wirklich ein Gamechanger. Ebenfalls kann ich ebenfalls empfehlen. Aber meine Vorbereitung für das reale Trading, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin noch nicht so weit. Ich muss noch irgendwas anschauen, ich muss noch irgendwas lesen, ich muss noch irgendwas zu Ende analysieren, ich muss noch weiter backtesten und hat mich immer im Glauben gelassen, dass ich noch nicht bereit bin für das Trading und das kann wirklich ewig weitergehen. Vielleicht resoniert das für den einen oder anderen, dass man sich ewig für irgendwas vorbereitet. Lieber unperfekt starten, als perfekt zögern. Das ist so ein Leitsatz, den ich mir mittlerweile verinnerlicht habe, dass tatsächlich etwas meiner ersten Eigenschaft mit dem voreilig Schlüsse ziehen und voreilig Entscheidungen treffen sich etwas beißt. Aber tatsächlich hatte ich das eine und das andere, weil mich diese zwei Eigenschaften, die mich gestört haben, trotzdem gleichzeitig stören konnten. Das heißt, ich war immer irgendwas am Vorbereiten fürs Trading, ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht fertig bin und sobald ich angefangen habe mit dem Trading, habe ich immer voreilig Trades aufgemacht und nicht gewartet, bis ich das letzte Einstiegssignal, zum Beispiel in Bestätigung des Orderblocks auf den kleinen Zeiteinheiten beispielsweise, das ich bekommen habe. Also tatsächlich ist das so, dass sich diese zwei kontroversen Dinge trotzdem mich gleichzeitig gestört haben und diese Mitte war eigentlich richtig, dass ich erstens das Gefühl habe, ich bin bereit, dass ich wahrscheinlich noch etwas lernen kann und etwas besser werden kann, aber trotzdem das, was ich jetzt weiß, komplett ausreicht, um erfolgreich zu traden, dass ich das für mich verinnerlichen konnte und mir die Ruhe geben konnte, nein, ich brauche nicht noch einen weiteren Kurs oder Buch oder sonst was machen, sondern ich kann jetzt loslegen und mein Wissen, was ich jetzt habe, reicht dafür, um schon mal gut zu starten und weiter dann auf dem Weg zu lernen, dabei aber nicht vorheilig zu sein und in Ruhe alle meine Einstiege überprüfen und auf die letzten Bestätigungen für das Trading zu warten. Also wirklich diese Ruhe, diese Ausgeglichenheit hat mir gefehlt, an dieser musste ich arbeiten, aber als ich dazu gekommen bin, dass ich erstens mich komplett innerlich ausgeglichen gefühlt habe, indem ich selbstbewusster war, indem ich mir vertraut habe und gedacht habe, okay, dieses Wissen reicht, indem ich jetzt starten kann und dann learning by doing, mich dabei immer weiter verbessere und trotzdem weiterhin ruhig und gelassen trade und auf mein letztes Signal warte, bei dem ich erst den Trade eingehe. Wenn das bei dir ebenfalls ähnlich sein sollte oder du einen dieser Aspekte hast, der dich auch stört, dann weißt du zumindest, dass du da nicht alleine bist und weißt, dass man daran arbeiten kann und dass oft das Letzte sein könnte, das sich noch am erfolgreichen Trading hindert. Eine letzte Sache, die extrem wichtig ist und die bei den meisten auch auftritt, weil wir einfach nur Menschen sind und auf bestimmte Reize, auf eine bestimmte Art und Weise reagieren und das sind, sobald man beispielsweise einen Fail Trade hat, dass dieser schon auslösen kann, dass man an der ganzen Strategie zweifelt. Also da sind viele unterschiedlich. Bei mir war das auch so zum Beispiel, dass ich da gedacht habe, ich habe meine Strategie gebacktestet monatelang. Also ich habe eine Strategie sogar ein Jahr lang an Daten gebacktestet und gesehen, dass diese auch mal zwei, drei, vier sogar Verlusttrades hintereinander in manchen Fällen auftreten können und trotzdem über den Monat hinweg extrem profitabel ist und trotzdem beim Live Trading ich dann nach dem zweiten Trade schon alles über den Haufen schmeißen wollte, sauer war, zornig war und gedacht, die Strategie funktioniert nicht, ich werde das nie schaffen, es wird doch nicht klappen und sofort an der ganzen Strategie, die eigentlich über das Jahr hinweg super gelaufen ist und ich gewusst habe, zwei, drei Verlusttrades können in der Regel immer vorkommen hintereinander, dass ich trotzdem sauer war und dieser Zorn, der dann auftritt, der führt dann auch noch dazu, dass man diesen Trade, wenn man zum Beispiel einen Minus gemacht hat, schnell diesen Minus wieder gut machen will, schnell einen Gegentrade einladen will, schnell vielleicht nochmal in die gleiche Richtung einsteigen will, nur weil man direkt beim Stop-Loss ausgestoppt wurde und denkt, okay, da hat mir jetzt nur mein Stop-Loss gefischt und will jetzt doch in meine Richtung und dann hinterher noch eingestiegen bin zu einem schlechteren Preis und den nächsten Fehler dann nicht begangen habe und dadurch eine Kette an Fehltrades ausgelöst wird, die zum einen, wenn man das nach zwei Fehltrades belassen hätte, gelassen hätte, so fertig, ich trade für heute nicht mehr, zwei Fehltrades ist eine sehr gute Regel, by the way, dass man nach zwei Fehltrades es für den Tag lassen sollte und am nächsten Tag erst weiter tradet und wenn man dies nicht tut und anfängt, diese emotionalen, diese emotionalen, zornigen Trades zu machen, dass man dadurch ein komplettes Konto auch sehr schnell schrotten kann, dass man ein Fremdgeldkonto sehr schnell schrotten kann, die Challenge sofort nicht besteht, nochmal das Ganze evoluieren muss und das führt zu einem Riesensprung nach hinten, den du wieder aufarbeiten musst, nur weil du deine Emotionen gerade nicht im Griff hattest und nach ein paar Verlusttrades, die eigentlich normal waren, also die nach dem Regelwerk normal waren, du dann dumme, emotionale Trades gemacht hast, die dich in der Timeline, also die dich nochmal weit zurückwerfen und du das Ganze wieder aufarbeiten musst und das ist oft bei vielen Anfängern auch das Problem, die Emotionen im Griff zu haben, nach Verlusttrades, zu wissen, zwei, drei Verlusttrades hintereinander sind normal, trotzdem zu hundertprozentig auch nach dem dritten Verlusttrade das Regelwerk einhalten, auf die Signale warten, die gut sind, die gut sind, die notwendig sind und keine voreiligen und emotionalen Trades einzugehen. Das ist auch ein Punkt, den ich hier erwähnen wollte, natürlich ist aus diesem einen Aspekt im Endeffekt ein großer Aspekt geworden, aber es ist im Endeffekt ein Aspekt, weil jeder hat irgendwo diesen einen emotionalen Trigger, der einen im Leben wahrscheinlich irgendwo stört und dieser eine wird dann auch im Trading stören, bei mir waren es in dem Fall etwas mehr, deswegen siehst du, es kann auch noch schlimmer sein und vielleicht ist es bei dir nur halb so wild und du musst nur an einer Stellschraube irgendwo drehen und ich hoffe, du fühlst dich da nicht alleingelassen mit deinen Emotionen und hoffentlich siehst du, dass alle Probleme haben, jetzt kannst du mir glauben, jeder hatte diesen einen Aspekt oder vielleicht zwei, drei Aspekte, an denen er arbeiten musste im Leben und beim Trading, bevor er erfolgreich wurde, also jeder erfolgreiche Trader musste an diesem einen Aspekt für sich arbeiten. Ich kenne niemanden, der sofort einfach direkt profitabel losgetradet ist, also jeder hatte diese eine emotionale Komponente, an der er arbeiten musste, deswegen hoffe ich, dass dieses Video dir geholfen hat, dich selber vielleicht auch besser zu verstehen und zu verstehen, an was du jetzt noch arbeiten musst, falls es bei dir jetzt noch nicht klappt. Wenn du das schon hinter dir hast, dann Gratulation. Ich hoffe, das Ganze war interessant für dich, wünsche noch erfolgreiches Trading und einen wunderschönen Tag.